Dies wird ein kleines Infovideo, denn es gibt gerade ein paar Probleme mit der The Binding of Isaac Aufnahme. Das heißt, mein Programm, womit ich immer aufnehme, macht irgendwie seit dem letzten Update richtig Probleme. Also, ich kann halt nicht aufnehmen, ganz einfach. Und deshalb schiebe ich da was dazwischen. Was genau es sein wird, werde ich euch noch nicht verraten. Aber auf jeden Fall bleiben Dead Space und Fallout New Vegas. Und wenn ich es hinkriege mit der Person, ich will nämlich Battlefield 3 oder irgendein Online-Game nicht alleine zocken dann. Und zwar mit einer Person dann. Wenn ich eine Person habe, halt auch das Online-Spiel, bleiben an ihren vorgegebenen Upload-Plätzen. Nur The Binding of Isaac wird ersetzt werden, bis dieses Problem gelöst ist von einem anderen Game. Welches werdet ihr dann noch sehen? Und wenn es dann gelöst ist, werde ich The Binding of Isaac vielleicht auch nur einmal wöchentlich machen. Und das würde dann wahrscheinlich am Sonntag online gehen. Des Weiteren wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video.